Hallo! Guten Tag. Ja, ich rufe Sie vom Finanzmarkt da. Sie haben eine Registrierung gemacht im Onlinehandel. Ja, hallo. Nicht so schreien. Ich kann Sie gut hören. Bitte? Nicht schreien. Don't shouting. Ah, okay. Sie haben eine Registrierung gemacht im Onlinehandel, richtig? Ja. Ja, und jetzt kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren, okay? Ja, okay. Wie kannst du das machen? Aha. Sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmittel Sie benutzen. Sie haben eine Kreditkarte oder Online-Mail-Kick. Bruder! Was denn? Haben Sie die Sponsoren, Wasser? Ja, gib her. Hallo. Ja, warte, mein Bruder gerade rufe. Ah, okay. So, da bin ich wieder. Mein Bruder hat die Ziegenhaare zu bringen. Wir können ein Investment machen. Okay, Sie haben eine Registrierung gemacht im Onlinehandel, richtig? Ja, und wir wollen Ziegenhaare bei Sie bringen, zu Verkauf machen. In-earn-Profit, ja? Haben Sie Interesse gezeigt? Ja, ja, genau, die Meerschweinchen. Aha. 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 Sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Kreditkarte oder Online-Mail-Kick? Ja, wir haben Ziegenhaare ganz viel gegeben bei Deinen, okay? Bitte? Ziegenhaare bei Deinen geben. Ziegenhaare. Ziegenhaare? Ja. Ziegenhaare? Ja. Ziegenhaare. Bruder, wie ist diese Kreditkarte? Also, haben Sie Kreditkarte oder Online-Mail-Kick? Ja. Willst du telefonieren? Bitte? Mit mir du telefonieren machen, Bruder. Mit mir nur reden. Deine Frau von Online-Trading, weiß nicht, wie ist deine Name, Frau von Online-Trading? Hast du einen Namen? Sind Sie mit mir oder mit Ihrem Bruder jetzt? Ja, wie ist dein Name? Meine Bruder fragen, wie ist dein Name? Diana. Oh. Das ist Diana von Online-Handels. Oh mein Gott, Teddy kann schönen Namen. Das ist ein sehr schöner Name, sagt mein Bruder. Okay, danke Ihnen. Ja, Teddy kann gut. Bruder, du wollen verkaufen Ziegenhaare? Ziegenhaare, ja? Wir haben genug, wir können ein bisschen verkaufen. Ja, du machen den Webel. Oh mein Gott. Ja, du möchtest. Ja, warte, willst du auch mit dir reden? Ja. Hallo. Hallo. Also, ich gebe die Telefon bei meinem Bruder. Meine Bruder möchte Hallo sagen. Aha. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Tag. Dein Name ist Diana? Ja, genau. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ganz, ganz. Ich bin ganz, ganz fröhlich heute. Weil wir wollen Ziegen machen, verkaufen im Internet. Bitte? Wir machen Registration, meine Bruder. Aha. Wie viel kann man machen, gewinnen bei dir? Wie viele verkaufen? Woher kommen Sie denn? Woher kommen Sie? Oh, aus Indien. Oh mein Gott, ich kriege Anruf. Aus Indien? Ja, richtig. Ja, kommen Sie aus Indien? Ja, richtig. Ich sollte dir meine Bruder wiedergeben. Ich kann auch. Oh, Bruder. Ich kann singen auch Indisch. Ich weiß nicht. Die ist unsere Landsfrau. Die ist unsere Landsfrau. Die kommt aus Indien. Oh, sehr gut. Meine Schwester, bist du Hindustani? Äh, nein, nein. Ich kann nur singen. Indisch. Oh, du kannst bitte singen. Oh, bitte, bitte. Ja, bitte. Bitte, bitte singen für meine Bruder. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Das war sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das war sehr gut. Oh, Kassini. Timmy, Timmy. Oh, die Witzige, gib mir die Kraft, die mich ins Bitcoin-Universum schafft. Oh, oh mein Gott. Okay, haben Sie Lampere oder Computer dabei? Ich habe Computer immer in unserer Tasche dabei. Dirty Diana, okay? Und Diana, du haben wir schon singen machen. Vielen, vielen Dank für deine Filme. Danke, danke. Schalten Sie bitte Computer, ja? Schalten Sie Computer. Warum schalten Sie Computer? Warum? Du schalten bei linker Seite, ich bei rechter Seite rein, okay? Wir werden ein Stinky machen. Okay, keine Probleme. Okay, schalten Sie bitte Computer ein, ja? Nein, schalten Sie mal schalten. Linke oder linke Seite? Öffnen Sie Google, schreiben Sie dort adidas.com. Anida. Kannst du rein schreiben? Ani. Soll ich bestabieren? Bruder, Bruder, du machen AnyDev oder ich machen AnyDev? Ja. Hat du VM da? Ja, das tut mir egal. Ja, die kann man offen. Wir können schon Anmeldungen machen. Oh, okay. Du kannst da machen, unsere Frau. Okay. Kannst du aufschreiben machen, Dirty Diana? Soll ich bestabieren? Arinen? Ne 밤 Anton. Anton, ja? Arinen des.com. AP Anton heavy North Pole? Aha. Ipsilon heavy doll. Dirty data data py me at the second least kallidaeea? евye mil s? will secret heavy conrad.com. Okay, und dann, was soll ich? Arinen des.com seht, jetzt sollen Sie herunterladen diese Applikation bitte in Ihrem Laptop. Soll ich das bei Ziegepopo reinschieben oder was soll ich immer machen? Arnidesk.com haben Sie geschrieben in Google? Ja, voll reinschreiben machen. Okay, schreiben Sie bitte Arnidesk.com. Hab ich doch schon. Haben Sie? Was ist dieses Programm? Was kann dieses Programm, Bruder? Ich weiß nicht. Einfach Arnidesk.com. Soll ich nochmal sagen? Nein, nein, nein. Nein. Wir haben es schon gefunden. Meine Bruder haben es schon gefunden. Rote-weiße Programm, richtig? Nein, ich bin nicht so dumm wie du aussehen. Ja. Offen Sie bitte das. Haben Sie ja runtergeladen. Ich habe das runtergeladen. Dreimal. Dreimal runtergeladen. Oh mein Gott. Offen Sie das, dann sehen Sie dort neue Zahlen. Sagen Sie mir bitte diese neuen Zahlen. Okay, 984. Bitte? 9-8-4. Aha. 6-4-6. 9-6-6. Benzert. Klicken Sie bitte annehmen oder akzeptieren. Sehen Sie dort? Nein. Was soll ich machen? Sehen Sie annehmen, akzeptieren. Was sehen Sie in Ihrem Computer? Ihre Adresse einladen. Soll ich die einladen? Soll ich die einladen zu meinem Party? Akzeptieren. Ich schicke noch mal diese Anfrage. Ja. Sagen Sie mir bitte noch mal. Klicken Sie annehmen oder akzeptieren. Ne, du, ich glaube, du kannst es. Annehmen. 9-8-4. 6-4-6. Ja, ich habe. 9-8-5-6-6. Aha. Klicken Sie annehmen oder akzeptieren? Ja, aber es ist aber nichts gekommen. Du kannst es einfach nicht. Was sehen Sie dort? Sehen Sie diese... Ja, ja, schau mal. Bitte? Meine Brüder soll machen, weil die kann das nicht. Bei mir nichts funktioniert. Hallo. Ja. Klicken Sie bitte annehmen oder akzeptieren. Ah, ja, aber du, äh, du musst in meine Ani-Deck reinschreiben, ja? Meine Ani-Deck. Schreiben Sie, also klicken Sie annehmen oder akzeptieren. Sehen Sie dort oder zulassen. Ja, ich muss Ihnen die Nummer geben. Ich muss Ihnen die Nummer geben. Haben Sie überhaupt die korrekte Nummer? Ja, ja, ich habe die korrekte Nummer. Klicken Sie annehmen. Meine, meine Nummer 6-2-7. 2-6-2-7-2-5. Nochmal bitte, sagen Sie. Äh, äh, meine Nummer 6-2-7. Aha. Ja, haben Sie das Schreiben machen gerade oder was ist deine Probleme? Dann sage Sie mir bitte diese Nummer, ja, nochmal. Ja, das ist kein Problem. Äh, 6-2-7. Aha. Äh, 2-6-2. Aha. Äh, 7-2-5. Das ist meine Ani-Deck-Nummer. Oh, 7-2-5? Ja. Sönen Sie nochmal sagen, bitte? Ja, ja, richtig, richtig. 7-2-5. Das ist meine Nummer. Ich habe eine Sache gemacht. Nochmal, ja, sage Sie nochmal, bitte. Oh mein Gott, kann niemand nochmal sagen. Weil ich habe falsch geschrieben. Sönen Sie bitte nochmal. Oh mein Gott, ein Problem. Äh, 6-2-7. Aha. 2-6-2. Aha. 7-2-5. Das ist meine Ani-Deck-Nummer. Diese rote Nummer. 7-2-5. Oh mein Gott. Klicken Sie annehmen oder akzeptieren. Sehen Sie, annehmen. Ja, richtig, richtig, hier, richtig, richtig, ich habe ihn sehen. Oh mein Gott, warte, diese. Annehmen. Annahme machen, annahme, annahme. Ich habe einen Annahme machen. Annehmen, annehmen, annehmen. Oh mein Gott, warte, passieren. Oh mein Gott, Bruder, was ist das? Oh mein Gott. Oh, was hat das passiert? Deine Maus. Oh mein Gott. Hallo? Warum machen Sie keine Sache? Warte, diese. Oh mein Gott, eine PC, F, F, T, T, 9-7. Oh mein Gott, eine Maus in meiner PC. Machen Sie keine Sorgen, bitte. Hallo? Warte, diese, warte, diese. Oh mein Gott, ich habe eine Paranoia. Ich habe Angst. Hallo, hören Sie mich. Oh mein Gott, da ist Gunter hier auf den Bildschirm. Machen Sie keine Sorgen, ich werde Ihnen helfen. Aber in unserer PC ein Virus. Unser PC ein Virus. F, T, T, 9-7. Ein Virus, oh mein Gott. Kaputt gegangen. Kaputt, kaputt, kaputt. Meine, bitte, kaputt. Ne, ne, warte, ich bin, das bin ich. Das bin ich. Moment. Moment mal, machen Sie nichts, bitte. Warten Sie. Ja, aber hier eine Maus, hier eine Maus. Ich bin, ich bin, ich. Ah, du. Das bin ich. Ah, okay, okay. Wenn du die Maus freilässt, dann kackt die in die ganze Wohnung. Moment, warte, Martin, machen Sie keine Sorgen. Moment, bitte. Da kann ich die ganze Maus in die ganze Wohnung lassen. Der macht alle kaputt. Der Kabel reinbeißen, da können wir keine Gäste. Moment mal, Moment mal. Moment, was machen Sie? Lassen Sie mich zu machen, bitte. Ich mache gar nicht, das ist von alleine passiert. Warte, mein Bruder, wir müssen in dieser Mantra sprechen, sonst geht die Computer kaputt. Machen Sie bitte nichts, ja? Jetzt kann nichts passieren, ich habe mit der heiligen Kuh gesprochen. Machen Sie bitte nichts, ja? Ne, geht das nicht. Haben Sie andere Browser, Google zum Beispiel, haben Sie Google? Nein, habe ich nicht. Du musst machen, aufladen machen. Können Sie bitte Google eröffnen? Ja, Google, ja. Google. Moment mal, bitte. Machen Sie bitte nichts. Moment mal. Okay, keine Probleme, ich mache gar nichts. Haben Sie Online-Banking oder Kreditkarte, was haben Sie? Wir haben alle, das ist kein Problem. Warum du immer machen neue Seiten auf hier, 1000 Seiten, warum? Machen wir alle weg hier. Nein, nein, ich mache, ich schließe das, ich schließe. Ich habe schließe, machen das ist kein Problem. Du machen bitte von neu, aber warum du immer neue Seiten aufmachen, bitte blöd? Nein, nein, das geht automatisch. Warum? Ich mache nichts. Oh mein Gott, du hast einen Virus reinbringen, ja? Moment mal, Moment mal. Oh, Bruder, du hast einen Virus gemacht, Bruder. Virus? Oh nein. Oh, Bruder, mir ist das nicht. Haben Sie Google? Ich habe einen keinen, ich habe nur Microsoft Edge. Okay, jetzt werden wir in den Hotel laden, Google. Ja, das ist gut, das ist ganz gut. Moment. Warum will ich mal neue Seiten aufmachen, warum? Moment mal, Moment. Oh mein Gott. Haben du einen vom Pitche? Ja, Mann. Ja, Mann. Hallo. Hallo, ich bin da. Moment, bitte. Ja, was machen du da? Moment. Warum? 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 Ich mache draufklicken. Ah, Google. Ah, ah. Ah, ah. Das ist gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, putzieren. Oh mein Gott. Äh. Was macht die denn da? Ich habe keine Ahnung, was die da machen. Die machen immer neue Seiten auf. Moment. Immer neue Seiten aufmachen, das ist nicht so gut für den Computer. Warte, bitte. Du musst den Bildschirm schon noch anmachen. Hallo. Machen Sie bitte nichts. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Okay, dann warten Sie. Ja, richtig. Warum? Haben Sie kein anderes Laptop? Äh. Andere Laptop, haben Sie? Diesen Laptop ganz neu. Andere haben Sie nicht? Ja, diese ganz neu kaufen machen. Haben Sie ganz, äh, andere nicht? Warum du nichts verstanden machen? Diese neu kaufen, neu kaufen. Nichts gut? Andere Laptop. Meine Bruder haben in seinem Zimmer Laptop, aber ich weiß gar nichts, ob es funktionierlich machen. Du musst eine Frage, meine Bruder. Bruder! Warte mit deinem Laptop! Warte mit deinem Laptop! Warte nicht gut. Ja, die Frau, die kommt nicht klar, die hat keine Ahnung von Arbeit. Warte, wir die machen. Keine Ahnung. Die machen immer neue Seiten aufmachen. Warum soll Seite aufmachen? Warum? Warte, bitte. Warum machst du neue Seiten auf, Frau? Die will nicht erlauben. Haben Sie andere Laptop oder nicht? Weil diese Laptop arbeitet nicht. Und diese Laptop sehr gut. Vor drei Monaten gekauft bei die PC-Profis. Nein, das arbeitet nicht. Das arbeitet nicht einfach. Warum? Warum? Was probierst du zu machen? Ja, ich bin da. Ich bin immer da. Was probierst du zu machen? Ich möchte öffnen etwas. Eine Seite. Können Sie auf Google oder weiß ich nicht. Haben Sie andere Laptop vielleicht? Ja, richtig. Können Sie einen anderen Browser nehmen? Oder was? Können Sie meine Guthaben? Können Sie meine Guthaben? Dass Sie es ihr Guthaben? Ja, meine, 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 meine Sparkasche. Das ist von meinem Bruder und von mir. Meine Spanische mit meinem Bruder. Das ist meine Konto. 18.000. Ja, das ist 18.235. Kannst du nichts lesen machen? Bitte blöd oder was? Du kannst nichts anderes sagen. Ja, ich habe gesehen. Ja, aber warum deine Seite nichts funktioniert? Du, deine Seite kaputt. Warum du immer aufmachen? Neue Seite. Hör auf damit. Mein Gott. Nicht so viele Seitenbrauchen. Mein Gott. Warum du öffnen? Warum? Warum? Ich öffne nicht. Können Sie bitte nicht sprechen? Einfach hören. Können Sie? Ja, ich gebe dir meine Bruder. Ja, ich gebe dir meine Bruder. Warte, 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 warte. Ich gebe dir meine Bruder am Telefon. Weil meine Bruder mit der Telefonierung machen. Bruder kommt, das ist ja dein Anruf. Ja, wie kann ich dafür? Den zu blöd ist, zu schreiben, zu lesen, zu lernen. Die machen immer neue Seiten. Hallo? Nimm mal neue Seiten auf. Lass ihn neue Seiten aufmachen. Vielleicht macht sie sehr glücklich. Vielleicht ist gut für ihre Karma. Oh, daran geht nichts überlegen machen. Du hast recht, Bruder. Du hast recht. Gibt gute Karma für den Heiligen Schick und den Heiligen Co. Beide schauen dir aus dem Himmel zu. Hallo? Können Sie einfach... Schnauze halten? Sprechen, bitte? Ja. Moment mal, Moment. Ich kann machen, meine Schnauze halten. Keine Probleme. Ah, Ihr Computer arbeitet nicht. Ich möchte öffnen, neue Seiten. Das geht nicht, wissen Sie. Ja, das geht, das geht. Schnauze, Sie öffnen andere Browser oder andere Laptop. Haben Sie andere Laptop. Nichts, wenigstens Elon Musk. Wir werden einen Laptop haben. Und der immer funktioniert machen. Muss du oben reinschreiben, www. Hast du ein anderes Laptop? www.google.de Andere Laptop, haben Sie. Bruder, was ist dieser AlphaTrad? Ich weiß nicht. Moment, bitte. Ich muss nichts wissen. Muss du reinschreiben, google.de. Was ist dieser? Oh, nein. Google.de. Können Sie bitte herunterladen, Google oder andere Seite, weil Ihr Computer arbeitet nicht. Google kann man nicht herunterladen. Google ist eine Suchmaschine. Kann man nichts herunterladen. So viel Platz ist gar nicht auf meinem Computer. Okay. Haben Sie keinen anderen Computer, ja? Ich habe einen Computer. Das Wort, das du suchst, heißt Computer. Haben Sie nur diese? Haben Sie keine andere? Das meinen Sie? Wie viele Computer hast du zu Hause? Oh, du bist eine sehr reiche Mensch. Du bist eine sehr reiche Frau. Oh mein Gott, geht nicht überhaupt. Oh mein Gott, wir wollen... Haben Sie nur einen Computer, ja? Ja, wenn du nur einen Computer hast. Und ist das ein Problem? Warum nicht funktionieren Sie machen? Warum? Äh, geht nicht. Warum? Warum? Ja, Moment, Moment. Ist nichts gut? Warum du immer machen auf neue Seite? Warum? Oh mein Gott, Bruder, die haben keine Ahnung. Kannst du mir einen anderen Computer beraten? Warten Sie! Kannst du mir einen anderen Computer beraten? Wenn du einen Manager geben? Kannst du die Manager geben? Moment mal, können Sie bitte hören. Ja, richtig? Ich gebe jetzt einen Finanzberater, ja? Ja, danke, 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 danke. Ja, danke, danke. Ja, danke. Was ist das Problem hier? Warum das hier nicht in die Situation? Hallo! Guten Morgen! Einen wunderschönen Tag! Ich bin zu Herrn Ramzi. Nein, nein! Ich bin der Bruder! Der Ramzi ist neben mir! Ramzi, das ist für dich! Ich gebe den Ramzi! Hauptsache den gleichen Blut! Hauptsache den gleichen Blut! Ja, richtig! Ja, richtig! Wir wurden getauft bei der Heiligen Kriege! Lieber Herr, also ich würde Sie mal jetzt dabei hilfbar sein, damit Sie alles so richtig machen, ja? Aber warum die Seite immer von alleine auf gehen machen? Warum? Wenn Sie mir erlauben, werde ich Sie helfen! Bitte, 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 machst du meine... Bitte, bitte, machst du Reparation, bitte, Reparation! Okay, lassen Sie! Lassen Sie Ihre Maus los, ich helfe! Kein Problem! Ich habe eine Loslassen machen! Ich habe eine ganz Loslassen! Lassen Sie Ihre Maus los, ich helfe! Ja, richtig! Habe ich, habe ich! Machen! So, jetzt lassen Sie mich, ja? Ja! Wir werden alle Schritte also durchgehen, okay? Oh mein Gott, ja! Geduldig! Ja, kein Problem! Geduld ist Stärke! Was ist das? Geduld ist Stärke! Ahhhh! Wenn Sie dürfen! So! Also erstens mal, will ich wissen, haben Sie einen deutschen Personalausweis? Oh! Natürlich! Richtig! Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Also, äh, welche Handy benutzen Sie es? Die Handy? Was ist dein Name? Mein Name? Mein Name heißt Benjamin Hartmann! Benjamin! Hartmann! Handelmann! Handelmann! Ein sehr guter Name! Oh mein Gott! Das ist kein guter Name! Benjamin Hartmann! Hartmann! Andelmann! Hallo! Guten Morgen! Herr Handelmann! Genau! Das ist schöner von mir, den Namen Handelmann! Ich... Bitte können Sie mich hören, erst danach antworten! Ich bitte Sie, ja? Warum du mit Beleidigungen machen mit Hure? Ich bin keine Hure-Sohn! Ich bin der... Ich bin der Experte der Abteilung! Ja, aber warum... Und ich werde Sie helfen, damit Sie also Ihre Investierung erfolgreich tätigen! Ja, hallo! Hartmann! Hartmann! Warum du sagst zu mir Hure? Ich bin keine Hure, ich bin ein Mann! Du kannst nicht schon mit meinem Bruder reden! Ja! Mein Lieber, wer hat Sie Hure genannt? Du hast zu mir gesagt... Du hast zu mir gesagt... Du hast zu mir gesagt... Äh... Du machst Huren! Und ich habe zu mir gesagt... Warum sagst du zu mir Huren? Ich bin keine Huren! Ich bin keine Frau! Ich habe Sie... Ich habe Sie so etwas nicht gesagt... Bitte! Du hast zu mir gesagt... Bitte jetzt Huren! Du hast zu mir gesagt... Bitte jetzt Huren! Nein! Nein! Hören! Warum du wieder sagen Huren so zu mir? Warum? Du kannst nicht machen diese zu meiner Bruder! Mein Lieber! Mein Lieber! Kannst du verstehen was Hure bedeutet? Hören! Hören! Nicht Hure! Sondern Hören! Die Mutter von meinem Bruder ist auch meine Mutter! Du kannst nicht schon mit meiner Mutter reden! Hören Sie mich! Ich bin zum Ende zu! Hören! Hören! Also... Hören Sie mich jetzt! Ja! Einen Moment bitte! Ja! Ich gehe zur Toilette! Du rede mit meinem Bruder! Gehe zur Toilette! Damit ich also... Sie verstehen kein Deutsch! Nein! Ich gehe zur Toilette! Ich verstehe kein Deutsch! Du hast meine Brüder geleidigt! Warum machen diese? Ich... Ich beleidige keinen! Was machen Sie mit Ihrem Ohr? Was machen Sie mit Ihrem Ohr? Mein Bruder ist jetzt zu Schittloch gegangen, okay? Ich sage, was machen Sie mit Ihrem Ohr? Was machen Sie mit Ihrem Ohr? Indien! Ohr! India! Sie sprechen Indisch, ja? Nein, 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 wir kommen von Indien! Ich sage, Sie sprechen Indisch, ja? Ja, du auch? Nein, ich spreche nicht Indisch, aber ich werde Sie gleich sagen, was ich sagen wollte! Ja? Auf Indisch, ja? Wenn schon? Einen Augenblick, bitte! Einen Augenblick, gleich sage ich Ihnen! Ich beleidige keinen! Ich respektiere Euch! Respekt, sehr gut! Respekt, sehr gut! Ich respektiere! Er macht Respekt zu uns, Bruder! Er macht Respekt zu uns! Oh, respektieren und? Ja! Selbstverständlich! Ja, das kann gut! Das kann gut! Aber du musst noch... Du musst noch Entschuldigung machen! Sie wissen... Hallo, Kollege! Kollege! Harte Mann! Harte Mann! Harte Mann! Harte Mann! Harte Mann! Harte Mann! Du musst noch machen Entschuldigung! Du hast mich beleidigt gemacht! Warum mein Freund? Warum? Ja! Ich werde auf Indisch sagen! Hören bedeutet Sunana! Ah! Oh! 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 Warum werden Sie mich jetzt endlich verstanden! Oh! 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 Ich sage, hören Sie mich, aber Sie sagen mir, ich sage euch Hure. Hure ist was anderes. Hättest du schon wieder Hure zu mir gesagt? Warum hast du schon wieder gesagt? Mein Lieber. Was ist dein Problem? Kann ich so mit meinen Armen und meinen reden? Ich will euch nur helfen. Ich will helfen. Helfen? Wie willst du machen? Einen Moment, ich sage jetzt auf ihm, was Wissenland bedeutet Kon. 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 Kon Sunana. Kon Sunana. Oh mein Gott. Und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich denke, das ist ein Problem. So, jetzt. Lieber Herr. Lieber Herr. Okay. Ich respektiere, das sollen Sie wissen. Ich respektiere Ihnen und Ihre Brüder. Wir können jetzt machen, wir können jetzt machen, wir können jetzt machen, was Ihnen machen. Wie geht denn das? Kein Problem. Bitte gehen Sie wieder auf AnyDesk. Oh mein Gott, warum? Annehmen, damit ich Sie helfen kann, eine eigene Krypto-Konto zu haben. Ja, ich habe machen, Annehme machen. Danke. Erlauben Sie mir von meiner Seite zu helfen. Helfen machen du. Oh Mann. Danke vielmals. Ja, keine Probleme. Haben Sie Fragen, haben Sie Fragen, dann fragen meine Brüder. Haben Sie Fragen an mich, dann fragen an mich. Ich will von Ihnen wissen, sind Sie das erste Mal oder haben Sie schon mal Investierungen gemacht oder nicht? Ja, wir haben, wir haben gemacht vor, äh, fünf Jahre. Fünf. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf. Fünf. Einschauen. Fünf. 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 Wir sind nicht so alt. Was machen Sie mit uns? Haben Sie etwas Gutes in Ihrem Leben erreicht, in dem Sie selbst gehandelt haben? Wir haben fünf Bitcoin und 20.000 Euro. Mit welchem, äh, ein Moment, Ihre Vermögen interessiert mich nicht. Aber du haben doch Fragen machen, du haben doch Fragen machen, ob wir Handeln machen. Sie sagen, bitte hören Sie mich, ja? Ja, ja. Sie sagen, äh, Sie sagen, äh, Sie haben fünf Bitcoin, richtig? Ja, richtig. Fünf Stock. Mit, mit welchem Kryptokonto haben Sie das gemacht? Bayern. Mit meiner. Von meiner Brüder. Welche? Die Name, die Name, die Name. Bitcoin. Nein, äh, es gibt Coinbase, Binance, Krypto.com und weiteres. Oh, weißt du das noch, Bruder? Ja, Bayern. Bayern. Bayern, Bayern. Äh, äh, können Sie mit Computer eröffnen und zeigen? Nein, warum? Wolltest du Clown machen, oder was? Ich zeige dir ein Scheißdreck. Nein, 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 bitte. Nein. Bitte beleidigen Sie mich nicht. Ich, ich, ich wollte dir nichts zeigen. Ich habe einmal zeigen machen. Ich habe einmal zeigen machen, vor drei Jahren, da haben ein Mann von uns acht Bitcoin-Klauen machen. Warum du mal seid aufkaufen? Warum du mal seid aufkaufen? Ich... Ich... Ich brauche, ich brauche keine Brüder, Bruder Cron. Ich habe aber eine Brüder, das reicht mir. Ja. Bitte, also bitte passen Sie auf. Moment, bitte. Aber wohin brauche ich denn kommen? Sie wissen ja, dass heute alle Banken gefährlich sind, ja? Banken gefährlich? Sie sind gefährlich? Warum sie sind gefährlich? Warum rufst du hier an, wenn du gefährlich bist? Warum? Ich bin nicht... Meine Gott... Warum du machen immer neue Seite auf? Immer machen zu, machen auf. Bist du blöd? Das ist nicht gut. Äh, also... Also jetzt... Jetzt helfe ich Sie, damit Sie Ihren Kapital bekommen. Öffnen Sie Ihre Bank, bitte. Welche Bank öffnen? Welche Bank benutzen Sie? Sparkaste, Volksbank... Warum, 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 warum wolle du das nicht öffnen machen? Warum? Damit ich helfen kann, ein Krypto-Konto zu haben. Ja, ich habe eine, wir haben ein Krypto-Konto. Bayern! Bayern? Ja, da habe ich meine Wallet-Adresse. Bayern-Krypto-Konto? Ja, da habe ich meine, meine Bitcoin ist dort. Es gibt kein Bayern-Krypto-Konto. Nicht, äh... Krypto-Krypto. Bayern ist meine... Ist das blöd, oder was? Verdeckt ihr kein Deutsch? Lassen Sie mich, ich helfe. Lassen Sie mich, ich helfe von meiner Seite. Ja, wir wollen machen Überweisung. Ich will Sie helfen. Ja, wollen Sie, ja? Ja, wir wollen machen Überweisung. Kannst du machen, hier schreiben? Überweisung, deine? Sie wollen die Bankdaten, richtig? Ja, richtig, richtig. Iban, deutsche Iban. Wir wollen... Also, genau. Ja, richtig. Genau. Richtig, ja, richtig. Ja, richtig. Ja, richtig. Oh, warne, Mann. Mach doch nicht über neue Seite auf. Ich schlage die Kaput gleich. Wie viel wollen Sie investieren? Bruder, was wollen Sie investieren? Und 300, wie viel? Wie viel? Wie viel? 300 Rupi. Is it good? Äh, Sie meinen 300 Euro. Ja, die Rupi. Rupi, 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 Rupi. Ich habe kein Problem, ich liebe indische Leute, ich liebe, ich respektiere. Oh, sehr gut. Weil du Dollar kaputt, Euro kaputt, Rupi kaputt, Rupi kaputt. Rupi, 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 Rupi. Lassen Sie mich, ich helfe. Ich mache gar nichts. Sie haben BINAS, richtig? Ich mache gar nichts. Sie haben BINAS, richtig? Oh, Connection Problem. Wieso lassen Sie mich nicht helfen? Ich mache gar nichts, Mann. Warum du nichts verstehen? Ich habe nicht mal Maus hier. Jetzt ist Maus bewegen. Hier, jetzt ist Maus bewegen. Aber ich habe ganze Zeit keine Maus bewegen. Das ist mein BAYERZ-Konto. Okay, ich danke. Das ist mein BAYERZ-Konto. Das ist mein VIP-Konto. Was wolltest du in meinem Konto machen? Nein, nein. BINAS-Konto ist kein VIP-Konto. Ich lasse dich gar nichts in meinem Konto. Sollen wir die Maus frei lassen? Warte, Gott. Ja, ja, bitte. Lassen Sie frei, damit ich helfen kann. Aber dann bei ganzer Wohnung rein scheißen. Nein, bitte beleidigen Sie mich nicht. Ja, ich beleidige Sie nicht. Ich nix beleidige zu machen. Ich bin ein Mann von Nikod, right? Ich nix sowas machen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen vielmals. Den heiligen Kuh mag ich dir segnen. Dein ganzes Leben lang. Ihnen auch. Oh mein Gott, Connection-Fehler. Connection-Fehler. Oh mein Gott. Nein. Was ist passiert? Was ist passiert? Einmal, gehen Sie mal wieder da oben, damit ich... Computer kaputt? Computer kaputt machen? Nein, 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 nein. Bitte nicht. Nicht so denken. Ist nicht kaputt. Aber du bist doch Experte. Warum du brauchen so lange? Verdammt doch mal. Technik-Sport? Also Sie haben eine Binance-Konto, richtig? Ja, richtig, right. Also öffnen Sie Binance, damit wir mit einer leichteren Weise das machen. Wieso? Ich habe versucht... Hallo, ich habe versucht, deine dämliche Schede zu sagen. Ich zeige dir nichts. Meine Konto, das ist ein privates Konto. Wenn du wolltest, dass wir Überweisung machen, dann machen wir gerne Überweisung auf unser Konto. Aber wir machen gar nichts. Warum du nicht verstehen Deutsch? Was ich brauche. Ah, sehen Sie mal nach. Wie ist es Ihnen lieber? Mit einer Banküberweisung oder mit einer Überweisung von Bitcoin? Mit einer Banküberweisung. Lieber Banküberweisung oder soll ich die Walletadresse senden und sie schicken? Nein, lieber machen mit Überweisung. Iman, da kann ich ihm Geld schicken. Okay, schauen Sie mal nach. Ich habe deine Kollegen, die haben nicht sagen, ich mache einschalten, 5.000. Mein Bruder einschalten, 300. Er will machen, ausprobieren. Okay, okay. Sie wollen 5.000? Okay, Moment. Sie wollen 5.000, Ihre Bruder 300, richtig? Ja, und wir machen zusammen alles einschalten. 5.300 Euro. Okay, ich schicke Ihnen jetzt gleich, ich schicke Ihnen gleich die E-Bahn Nummer, ja? Ja, bitte. Warum schicken, warum du nichts da hinschreiben, in neue Texte? Hier, hier, ich werde schreiben, hier, ich werde schreiben. Ein Moment, hier, ja, hier, ich werde schreiben. Ich bin nicht so viel Geld wie mein Bruder. Ja, bitte. Ich werde schreiben, genau hier. Einen Augenblick. Genau hier, genau hier schreiben, genau hier. Genau hier, genau hier schreibe ich. Einen Moment, bitte. Hier, bitte. Ich mache ihn ganz groß. Andreas, ich will wissen, ob dein Stammbaum ein Kreis ist, Benjot. Ich schreibe, ich schreibe jetzt, meine Gute. Ja, ich schreibe genau jetzt. Ja, ich schreibe genau jetzt, Moment. Harte, Mann. Ja. Ja, wann du machen Englisch mal schreiben? Ich schreibe, ich schreibe jetzt erst mal Empfängername und dann IBAN, ja? Ja, okay, kein Problem. Oh mein Gott, was ist diese Zahlen, was du da schreiben? Ich schreibe nicht, das ist ihre Computer. Oh mein Gott, was du machen da? Bitte, du kannst nicht komisch. Ihre Computer, ein Moment. Moment. Ihre Computer ist verrückt. Aber ich habe einen Neukaufen machen. Ich glaube, du bist, mein Computer ist schneller als du. Ist es kaputt? Ich habe keine Ahnung. Kollegen sagen, ist kaputt. Oh nein. Ich schreibe, ich schreibe. Wer ist dieser, 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 wer ist dieser Mann? Ich. Ist ein Mann. Bei uns ist der Computer noch ein Mann drinnen? Oh mein Gott, da steht Nikola. Wie bitte? Hallo? Ich bin hier, ich bin hier. Warum ist ein Mann bei der Computer drinnen? Ich schreibe gleich Banddaten. Hilfe. Ist da ein Mann bei der Computer drinnen? Ja, in meiner Computer. Wie bitte? Wer ist Nikola? Ist das ein anderer Mann? Keine Ahnung. Oh, okay, jetzt lassen Sie mich. Eine Frage, wer ist dieser Mann hier? Warum du schreibe Nikola Skola? Sprech an. Das habe ich nicht geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Aber warum das hier stehen? Oh nein. Das ist in Ihrem Computer, nicht bei mir. Aber warum? Das ist nicht gut. So, jetzt ich schicke hier. Schauen Sie, da ist ein Moment. Lassen Sie mich. Verlassen. Können wir auflegen? Auflegen machen. Warum du mal schreiben kannst du? Lassen die Maus. Maus. Maus lassen, damit ich schreiben kann. Ich habe keine Maus. Oh, Schwesterland. Oh, nicht Schwesterland. Warum nicht Deutschland? Warum du machen wieder Löschen? Nein. Warum du Löschen? Warum du Löschen? Ich schreibe auf Ihrem E-Mail. Auf Ihrem E-Mail. Ich habe neu diesen Laptop. Ich habe nichts registrieren. Machen E-Mail. Ihre E-Mail. Ein Moment. Ein Moment. Ich sage mal. Ihre E-Mail lautet. Viele hundert Europa Calls. Und ich chat GPT. Schlauere. Komm, du mach. Wer ist Nikolas Cola? Ich habe dich auch Fragen gemacht. Wer ist dieser Mann? Ich weiß nicht. Ein Moment. Lassen Sie, damit ich schreiben kann. Ja, ich habe nichts Anfassen machen. Oh mein Gott. Bist du NPC aus Skyrim, right? Ich bin Experte. Bitte. Wovon bist du Experte? Wir machen hier drei Stunden. Ich bin technischer Experte. Und ich kann helfen. Ich kann helfen, Ihre Computer zu verbessern. Aber meine machen endlich die Verbesserung. Du machst nur Verschlechterung. Schauen Sie. Vielleicht niemand kann helfen. Schauen Sie jetzt. Bitte. Bitte. Einfach warten. Und Sie schauen, was Sie machen. Aber wahrscheinlich warten. Und warten. Ich sage, wie ich es machen werde. Nein, nein. Ich sage, warten. Was du machen, Kollege? Was du machen? Was du machen? Was du machen? Damit du sie leicht wirst. Oho. Gleichchen. Damit du sie leicht wirst. Ich glaube, dieser Mann haben keine Ahnung. Nein, einen Moment. Hier, schauen Sie. Lass Ihnen zeigen, was kann der machen. Hier. Schauen Sie. Das ist die Bankdaten. Was ist diese Scheiße? Haben Sie gesehen? Ich habe gar nicht gesehen. Aber warum? Das ist genau. Warum ist das aus Schweiß? Ich erkläre Sie. Weil der Hauptbank in Schweiz liegt. Der Hauptbank in Schweiz liegt. Wenn Sie nicht wissen, sollen Sie wissen. Alle Geld von Welt ist in Schweiz. Nein, nein, nein. Amerikaner eigene Geld haben. Ja, Amerikaner eigene Geld haben. Amerikaner, ich habe nichts mit Amerikanern zu tun. Ich hasse Amerikaner. Kollege, 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 Kollege. Oh. Haben Sie sowas hier? Haben Sie sowas hier? Haben Sie sowas hier? Genau. Hier, Tisi. Auflösung von Briefmarken. Das kann man nicht lesen. Haben Sie so eine Kontonummer mit T.E.? Das ist meine Kontonummer. Das ist meine Kontonummer. Und darum meine Geld. Sie wollen eine deutsche Kontonummer? Ja, wir wollen Deutschland schicken, nicht Schweizerland. Warum ist Schweizerland mein Geld schicken? Ich bin doch nicht blöd. Okay, okay, okay. Warten Sie. Ja, kein Problem. Kein Problem. Auflösung von dem Warten. Ja, die wollen uns die Banken geben. Wenn Sie Deutsche wollen. Wenn Sie Deutsche wollen. Okay. Wir warten. Was haben Sie sowas hier? Danke. Alsoする, das ist eine Fatale, die 않아요. Ich hab noch ein Abschauch. Ich hab' noch Annoyer. Ich hab' noch im Hynматische Anzim. Das stimmt! Ich hab' noch ein Huy Ich hab' noch시 RUFI lassen. Ich hab' noch ein Fraga anh gesehen. Ja bitte. Kannst du Kasachstan ein Hünderlied singen? Ich? Ja, du. Ja natürlich kann ich. Oh mein Gott, das wollen wir hören machen. Bitte, bitte, bitte. Ja, kannst du singen? Wie bitte? Kannst du singen Hymne von Kasachstan? Kasachstan? Ja, meine Freundin von Kasachstan kommen. Kann du den Lied singen? Wenn ihre Freundin von Kasachstan auch Geld investieren wird? Oh mein Gott, der ist so blöd. Aber das ist mein Geld. Mein Geld ist auch Geld von meinen Freunden. Verstehst du? Ich verstehe. Singst du den Lied von Kasachstan von meiner Freundin? Sie können ihre Freunde nicht zu ihnen bringen in Deutschland. Oh mein Gott. Die ist hier bei mir. Die ist bei Kuka macht Chicken Tikka Masala Curry für Mittagessen. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe. Und eine Frage, ja bitte. Eine Frage, ja? Haben Sie bei Ihrem Binance alle Sicherheiten eingelegt? Ja, richtig. Was bedeutet denn? Haben Sie Ihre Binance-Konto gesichert? Ja, richtig. Es gibt in Binance einige Funktionen, wo man das Kapital von Binance-Konto... Was ist mit deiner Stimme passieren? Was ist mit deiner Stimme passieren? Hast du Stottenmarsch drin oder warum du stottern? Weil ich huste. Ich huste. Ah, gute Besserung mein Freund. Oh, warte mal, ich klicke Anruhe. Warte, warte, warte. Ich klicke Anruhe. Let the Holy God be with you. Hallo, guten Tag. Ja. Warte, hallo, guten Tag. Schauen Sie mal nach. Bitte hören Sie, ja? Also, Binance-Konto hat deutsche E-Bahn, richtig. Nein, nicht richtig. Ja, die E-Bahn, die deutsche E-Bahn, DE. Binance hat DE, Binance, Binance. Warte, keine Ahnung, was die Bilanz hat. Ich habe gar nicht geguckt. Ich frage nach deiner Konto. Warum du bist doof oder warum du mir nicht normale Antwort geben? Ich wollen deutsche E-Bahn. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Warte, du bekommst. Was ist das Problem? Warte, du Scheiße hier, Mann. Das ist nix gut. Ich will helfen. Ja, aber wir wollen helfen, dann helfen endlich. Und nicht viel. Das schreien Sie nicht. Ich schreie nicht. Ich schreie nicht. Ich schreie nicht. Das schreien Sie nicht nochmals. Oh, Mensch. Machst du einmal Google die auf und dann kannst du Lock in bei deiner Bank machen, Kollege. Bei deiner Bank Lock in machen. Wenn du willst, wenn du willst Investierung, nicht schreien. Ja, aber wenn du wollen Geld verdienen, wenn du wollen Geld verdienen, dann musst du auch gut Service machen. Aber du machst eine Stunde lang hier irgendwas in meine PC. Ich habe keine Ahnung, was du machen da. Ich mache noch nichts. Ich sende Ihnen gleich deutsche E-Bahn. Aber du haben mir Versprechen machen, dass du meine PC machen, reparieren. Du haben gar nichts reparieren machen. Oh. Du willst nicht, dass ich reparieren. Hier, bitte, bitte. Hier, reparieren. Du bist doch gar nicht kaputt. Wirst du, dass ich reparieren? Ja, richtig. Ja, bitte. Dann mach nichts mehr. Ich mach gar nichts. Ich auch nicht. Wir machen beide gar nichts. Bruder, du kannst sagen. Sag deine Bruder, er soll nicht schreien. Bitte. Sag deine Bruder, er soll nicht schreien. Nichts gut. Einfach Meditation machen. Okay. Alle Meditation zusammen. Ich werde schon wütend. Ich werde wütend. Nein, 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 nein. Nichts gut. Ich kann auch schreien, aber schreie nicht. Ich respektiere. Ja, bitte, mein Bruder. Soll ich Herrn Chakra-Mann dafür alles sprechen? Ja, bitte, mein Bruder. Oh, ein Update. Guck mal, wir können ein Update machen. Haben Sie gesehen? Ja, richtig. Da steht Updating. Wir werden Computer auf Deutsch machen, damit wir besser lernen können. Auf Ihrem Gerät fehlen Update, Sicherheit Updating. Oben, ganz oben stehen, ganz oben. Kannst du die Installation machen? Ganz oben stehen. Bruder, du musst die Update Installation machen. Wenn Update kommt, musst du die Installation machen. Okay. Ah, diese PC erfüllt jetzt, oh mein Gott, ich kann keine Update installieren können. Ich darf das nicht verstehen, man hört es nicht so gut lesen. Ich muss sprechen. Ist das schlimm mit Computer? Lassen, ich helfen, ich helfen, ja? Ja. Ja? Ja? Ich helfen gleich, ja? Unser Computer krank. Ist der Computer krank? Ist der krank? Hallo? 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 Ist der Computer krank? Hallo? 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 Ist der Computer krank. Ja? 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 Ja. Okay. Wie lange machen diese Dauer noch? So 20 Minuten. Okay, und wann kann man anfangen mit Geld handeln machen? Ja, ohne Probleme. Heute anfangen? Heute anfangen? Heute anfangen. Ah, gut, gut. Heute schon anfangen mit Handeln. Handeln? Ja, das ist gut. Heute? Sehr gut, sehr gut. Okay. Wie viel kann man machen mit einer Firma gewinnen? Es hängt davon ab, wie viel investieren. Was ist der Name von deiner Firma? Wie viel, wie viel, wie viel, wie viel mehr investieren? Ja. Mehr verdienen. Wir investieren, mehr verdienen. Was ist dein Name von de Firma? Firmenname? Ja, richtig. Omerz Finanz. Omerz. 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 Warum schreibst du immer Passwort? Ich, weil, weil das System muss geändert werden, damit es funktionieren kann. Omerz. 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 Kaputt. Ich mache somit eine, also eine Update. Ah. Verstehen? Warum jetzt auf Englisch? Mein Bruder kann nichts Englisch schreiben. Ja, ich habe keine Ahnung von Englisch. Warum machen meine Sprache auf Englisch ändern? Warum? Ich, ich habe nicht geändert. Es ist, das ist Mozilla. Mozilla. Ah. Was ist Mozilla? Ist das nicht eine Käse? Mozilla? Ja. Mozzarella. Ja. Mozzarella. Sie wissen, was bedeutet Browser. Browser. Ja, richtig. Right, right. The Browser, okay. Ah, gut, gut. What is this VPN? Mozilla VPN. Ah, VPN. Ich kann helfen, auch das auf Deutsch zu machen. Ja, Sie wollen? Ja, bitte. Kann du machen bitte Deutsch? Ohne Bitte. Immer willkommen. Ah. Ohne Bitte immer willkommen. Das ist ganz gut. Ich habe jede Ahnung. Ich habe... Ich kann... Das ist ganz gut. Bitte. Das ist ganz gut. Herr, bitte. Herr, bitte. Jetzt sagen Sie, Ihre Webde... Ihre E-Mail, diese funktioniert? Ja, richtig. Webde... Diese funktioniert? Ah, ja, ja, ja. Die Gedanken geht. E-Mail. Jetzt einen Moment, einen Moment. Bitte, meine Freundin gerade sagt, bei halber Stunde Curry fertig machen. Halber Stunde. Ich bin gleich fertig. Ja, ich bitte auch an... Oh, Ackermann. Ackermann, du haben uns gesagt, du wolltest uns Kasachstan-Hunde singen. Ja, bitte singen. Kasachstan-Hunden? Nein. Hunde. Von Kasachstan. Hunde? Ja, nationale Lied. Wir wollen doch singen. Au, au, verdammt, warum ausgegangen? E-Mail ist unterbrochen. Bitte wieder annehmen. Oh, oh, ja. Wieder annehmen. Ja, du habe meine Pizze ausschaltet. Ich mache einen Neustart. Einen Moment. Ja. Ja, machen Sie einen Neustart. Machen Sie einen Neustart. Oh, warte, warte, warte. Mein Herz geht kaputt. Nein, nein. Beruhigen Sie. Geht durch. Kannst du uns? Hallo. Kannst du uns die Kasachstan-Lied singen? Bitte. Was? Kasachstan-Lied? Lied? Der Lied von Kasachstan. Ein kasachstan-Lied wollen Sie? Bist du von Kasachstan? Ich bin nicht von Kasachstan. Ich bin aus Schweiz. Ich komme aus Schweiz. Kannst du uns die Schweizer Nationalhunde singen? Meine Nationalität ist Schweiz, aber ich wohne in England. England? Kannst du uns die englische Hunde singen? Gott speichere die Königin. Okay? Danke vielmals, danke vielmals. United Kingdom. Haben Sie Computer wieder eingeschaltet? Das ist Neustart machen. Das ist Neustart machen. Machen Sie Neustart. Ja bitte. Einen Moment Geduld machen. Einen Moment Geduld machen. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Oh, so viel Stress und Ärger. Hoffentlich lohnt sich die Investment. Ja, ich hoffe auch. Ja, natürlich lohnt sich so viel, dass sie erstaunt werden. Oh mein Gott, das ist ganz gut. Oh. Sie werden erstaunt, weil sie in einem Tag jeden Tag so viel Geld verdienen werden, dass sie sagen, Hartmann, ich will alles dir geben. Hakan? Wer ist Hakan? Hartmann, Hartmann, Hartmann. Oh. Assalamu alaikum, Hartmann. Assalamu alaikum, Bruder. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Du bist Moslem? Äh, Computer eingeschaltet. Ich habe schon die deutsche Bankdaten. DE-Bankdaten. Ich habe schon. Du bist Moslem? Deutschland, Bankdaten habe ich schon. Ah, das ist nicht meine Frage. Ich habe die Frage, ob du Moslem bist. Was du heißen Hasan oder Hakan oder was ist deine Name? Ich, mein Name ist Schweizer Name. Ah. Aber du kommst aus Moslemischem Land, hm? Ich bin jetzt in England. Mein Gott, das ist ganz schwierig mit dir ein Gespräch zu führen. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe jetzt Enidex aufgemacht. Ja, haben Sie gemacht? Ja, ich habe aufgemacht. Ja, aber das ist keine Probleme. Angale, warum du mir nichts schicken machen? So, ich schicke. Oh, ja, ich habe ihn bekommen. Ich habe ihn annehmen gemacht. Okay, jetzt warten Sie. Jetzt warten Sie, ja. Mein Gott, du kannst Mausbewege machen, hm? Okay. Wie lange hat das dauern? Nein, nein, nein. Was? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Gleich bin ich fertig. Gleich bin ich fertig. Oh, Bruder. Was soll er machen? Bruder, was ist dieser? Ich weiß nicht. Wir müssen nachher gucken, wie viel das heute wert geworden ist unseren Bitcoin, right? Ah. Ja, natürlich. Natürlich. Warte, meine Bruder kaufen den Bitcoin vor vielen Jahren. Noch wenig Geld gekostet. Und jetzt sollten wir soviel Geld kosten. Wie viel? Wir merken, dass ich ihn auch machen. Wie viel? Und gekauft bei 1500, ich habe sein ganzes Geld genommen. Für Bitcoin kaufen. Ach so, ganze Bitcoin? Nein, 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 nein. Er seine ganze Geld nehmen von Sparkass und Bitcoin kaufen, als kostet 1500 Euro. Und heute 18.000 Euro. Und heute 18.000 Euro. Ihr Bruder kann mit unserer Hilfe das machen? Nein, nein, nein. Schon haben. Er kaufen Bitcoin, wenn das war 1500 Euro, heute 18.000 Euro. Okay? Der viel Profit machen. Ach so. Wie viel? Hallo. Einen Augenblick. So. Ich habe. Ein Moment. Ich danke Ihnen. Diese nicht. Bruder brauchen wir nicht. Hier. Brot. Lassen Sie Ihre Maus. Ich habe nichts anfassen. Gar nicht. Danke. Bitte. Du sollst den Maus lassen. Lassen. Ich habe Lassen machen, aber er macht immer Brose auf. Ich weiß nicht warum. Lassi? 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 So, hier. Wo? Deutsche Bankdaten. Wo? Nein, das ist Windows. Wieso das automatisch öffnet? Nein. Hier. Oh. Günter Karl Nachtweg. Wo ist der Gegenteil? Genau. Das ist unser Buchhalter. Der Günter Karl Nachtweg? Wo ist denn der? Ich habe es nicht gesehen. Wo ist es gegangen? Ich war gerade da. Ich war gerade nachher putzen. Das hören sich. Das hören sich. Das hören sich. Deine Buchhalter hören sich an wie ein Kiosk-Verkäufer. Das ist von. Warum schickt deine Buchhalter Nachrichten bei Whatsapp? Das ist sehr komisch. Ja, warum? Das ist Whatsapp. Screamer. Wenn Sie Ihre E-Mail geben, kann unsere Buchhalter per E-Mail senden. Ja, ich gebe dir die E-Mail. Bruder, gibst du deine E-Mail ab? Wo ist Ihre E-Mail? Sagen Sie Ihre E-Mail. Sagen Sie Ihre E-Mail. Sagen Sie Ihre E-Mail. Rakesh? Rakesh? Ja. Punkt. Zylinder. Ich kann nicht so schreiben. Bitte hier. Ein Moment. Hier schreiben. Moment. Ein Moment. Warten Sie. Mein Klickfinger ist bei Seven Day to Die kaputt gegangen. Musst du meinem Bruder schreiben, soll ich das boxtabieren? Moment, bitte. Bruder Herr, soll ich das boxtabieren? Ja, du kannst es machen. Warte mal, Kollege. Warte mal. Ja bitte boxtabieren, Bruder Herr. Warte, 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 warte. Sagen. Ja. Warte. Ja. Ameisen. Ja. Kamel. Ja. Ähm. Esel. Ja. Schwein. Ja. Ja. Aase. Ja. Pong. Ja. Schwein. Ja. Uhu. Uhu. Ja. Beguan. Ja. India. Ja. Nutschnack. Ja. Ja. Dackel. Nochmal. Nacken. Dackel. Ah. Also zweimal N, ja? Nein, nein, nein. Nur einer. Ah, ok. Richtig. Dann kommt der Dackel. Ah, Dackel. 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 Ja, ja, ja. Bitte, bitte. Eber. Wie die dicke Schweine, die Eber. Ja. Nochmal eine Ratte. Nochmal eine Dattel. Ne, Ratte wie den... Ah, Ratten. Ratten. Ja, ja. Und dann nochmal eine. Und dann nochmal eine Pong. Schilinder, genau. Und dann eine Pong. Und dann Goat fahren, wie die Züge fahren. Und dann Goat. Ja. At Gmail.com. Also nur ein G, ne? Nur ein D. Ein D oder ein G? Also Schilinder Goat fahren. G-O-A-T. Ah, G, ok. Und dann? Und dann? Oh, ist das schwierig? Man kann nämlich nichts selber schreiben. Oh mein Gott, ich kann nichts hören. Das ist zu laut. So ist richtig, ja? Ja, aber das ist zu laut. So ist richtig. Kollege, bei dir ist sehr laute Musik. Ich kann meine Brüder gar nichts verstehen. Haben Sie richtig geschrieben? Ich will mal richtig schreiben. Rasset. Schilinder. Punkt G. Punkt G. Dann kommt Ad. Gmail.com. Richtig. Nein, nein, nein. Zylinder. Punkt The Goat Farm. Das ist noch ganzes Wort. Ah, Goat Farm wie Ziegenfarm. Farmer. Nein, nur Goat Farm. Ah, Farm. Ah, Goat Farm. Ok, habe machen. Und dann mit G-Mail.com. Und dann? G-Mail.com? Ja, jetzt machen G-Mail und dann dort kommen. Nein, 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 nein. Du musst noch Rackes. Punkt Zylinder. The Goat Farm at G-Mail.com. Meine Hand ist kaputt. Ich kann nicht selber schreiben. Ist richtig schon. Ich habe zu viel Fapping gemacht. Weißt du, du bist kaputt. Ich habe ein Schreiben Goat Farm. Aber so, Goat Farm ist richtig geschrieben. Ja, ja. Ja, ja. At G-Mail.com. So. Ich habe keine A gefunden. Ich habe ein Ad machen. Ok. Okay. Sie werden gleich diese Bankdaten E-Mail mit E-Mail bekommen. Ja, könnte man machen. Kannst du mal machen. Vorlesen. E-Mail-Adresse, meine Freund. Wie bitte? Kannst du machen. Einmal lesen. Diese E-Mail-Adresse. Ja, ich werde gleich also die E-Mail-Adresse. Sehr gut. Das ist ganz gut. Richtig. Ja, richtig. Dann gratuliere ich mir. Danke. Das hast du sehr gut gemacht. Hast du bravo gemacht. Hast du mit E-Mail-Adresse. Aber ich sage, du hast Reis Cash geschrieben. Rakesh schreibt. Ich bin. Ich bin. Bitte. Ich bin. Hier, dritte. Warte mal meine Brüra sagen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh Mann. Was mache ich? Ich bin ihr dritte Bruder. Oh mein Gott. Ich bin auch Bruder. Oh mein Gott. Ich habe mich falsch gemacht. Oh mein Gott. Da gibt mir kein Bein. Oh. Hast du eine Schwester, mein Bruder? Es tut mir leid, Bruder. Ich habe mit C schreibe nicht mit K. Neuer Bruder, hast du eine Schwester? Du werde gleich von. Schau. Ich schreibe. Adi Neuer. E-Mail bekommen. E-Mail. Und diese deutsche Bankdaten. Diese deutsche E-Bank. Sie bekommen. Von Adi Neuer. Gleich. Das ist gut. Und sag mir. Hast du eine Schwester, mein Bruder? Wie bitte? Hast du eine Schwester, mein Bruder? Nein. Ich habe zwei Brüder. Oh. Nichts gut. Aber zwei Brüder können mit uns kämpfen. Right? Wenn Pakistani kommt. Oh. Nein. Meine Brüder sind lieb. Liebhaber? Oh mein Gott. Liebhaft. 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 Liebhaft? Bist du vom Hintergrund gesehen? Respektieren. Respektieren Menschen. Respekt. Sehr gut. Sehr gut. Und Ehre. 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 Sie wissen was? Ja. Honor. Das ist sehr gut. Honorable man. Oh. Warum du draufdrückst? Jetzt. Was hat er gemacht? Jetzt. Jetzt. Öfter Gmail. Öfter Gmail. Sie bekommen E-Mail. Ja. Ich kann auf mein Handy gucken. Ah. Auf Handy haben Sie. Ja? Ja. Bei Handy gucken. Welcher Handy benutzen Sie? Warum öfter jemand neue Seite? Okitel. Okitel. Ihre, Ihre Handy Android oder iOS? Nein, nein, nein. Okitel hat Android drauf, oder? Ok. Sie können Anydesk auf Handy herunterladen, damit alles viel leichter wird. Für E-Bahn brauche ich keinen Support. Das kann ich selber machen. Musst du nur schicken. Ja, richtig. Ok. Ich meine, wenn Sie wollen. Ich meine, wenn Sie wollen. Aber du. Wenn Sie wollen. Haben Anlüge machen. Ja, natürlich. Aber warum nichts hier? Guck mal. Ich mache Schließen, Öffnen. Warum? Ok. Lassen Sie. Ja, ich lasse. Ich lasse. Kein Problem. Ich lasse gerne. Oh mein Gott. Kannst lange am Telefon bleiben heute, glaube ich. Glaubst du, kann er repariert machen? Oh, ja. Meine Hoffnung, sterben immer zuletzt. Nein, nein. Hoffnung, wenn sterben, hat keinen Sinn zu leben. Ja, aber mein Freund. Und ich ganze Zeit gucken, gucken machen. Und du immer noch nichts. Wir raffen. Du raffst gar nichts. Du raffst gar nichts. Bitte raffen. Ich lasse ganze Zeit. Ich mache gar nichts. Weil wenn ich was mache, du kannst nichts machen. Warum empfohlen? Ah, empfohlen. Das ist gut. Nur Microsoft. Richtig. Noch nicht. Und wenn du die Zeit hast. Und hier. Halt. 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 dass den übertragen das bezahlt machen das ist meine computing ich will reparieren bitte gmail prüfen haben sie gmail oder e mail oder e mail e mail haben sie in ihrem gmail e mail bekommen was willst du denn jetzt mit der e mail adresse oder mit e mail adresse was wollen du ich nicht verstehen hast du schon bekommen ja das angekommen anmachen ist angekommen das frage aber wer ist dieser mann das kann immer kein signet oder irgendwas stehen und das ist sehr komisch das ist nicht komisch das ist nicht komisch was dann das ist nicht komisch das ist nicht komisch das ist nicht so gesetzlos wer ist diese frau ist unserer mitarbeiter warum müssen sie geschlagen das ist nicht gut man darf ein frau nicht reinig nicht sind nicht sie schreien ich streue nicht ich schrei nicht nicht den frau schreien aber nicht die frau schlagen das darfst du nicht machen okay okay wenn man nur klack 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 bei den hinten drinnen ich mache kein klack 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 sie machen klack 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 der frau machen wenn freuma scheit machen wie alleine können geld senden ja ja im geld sendung machen wie viel europa geben wir machen ich werde schicken wenn computer wieder funktionieren wie versprochen machen sie die überweisung also mit ihrem computer naja muss ja computer hat und von mussten reparieren ja reparieren sonst ist nicht sicher verstehst du sonst ist nicht sicher war war nicht sicher computer ist kaputt und da hoch runter und da auch runter die ganze zeit moment laufen sie laufen wie noch gar nicht mal gar nichts gemacht hat seine hände bei dem popo drunter ja weil wenn ich was machen du nichts eingeben können helfen damit die überweisung machen ja richtig kompüter muss reparieren machen nur reparieren was du machen da warten warten ja okay kein problem was macht die frau dahinter da ist eine frauen rede da ist eine frau das ist eine sichere browser in frau das ist sicher 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 ich will internet explorer haben internet explorer haben sie google chrome google chrome haben sie nicht warum nicht du willst du computer reparieren ja ich will jetzt herunterladen um zu reparieren aber bitte wieder eine des wie bitte wieder eine des kürzern meine erinnerung ist nicht zu meine erinnerung unterbrochen oh mein gott warum internetverbindung vielleicht kann du mir machen schicken annehmen annehmen ich habe ein annehmen machen ja leise machen ja ich mache ja ich mache ich mache ich mache leise warte ich habe leise machen nein ich habe leise machen du haben sagen leise machen leise machen maus lassen maus lassen das ist kein problem menschen ich habe maus lassen danke danke keine problem keine problem ja meine bruder und ich habe dich frage machen ob du machen sie für meine bruders frau und du haben sagen ja keine problem und jetzt nicht singen meine bruder machen meine bruder machen überweisen wenn pc wieder reparieren weil du haben kaputt machen du haben kaputt machen bitte aber mit aber mit handy sie auch können überweisung machen das ist kein problem aber du wollen doch bitte reparieren vorher ich will reparieren aber dafür brauche ich deine kollegen deine kollegen die frau die haben kaputt machen nein bitte bitte wieder eine des kürzern eine des kürzern meine ende ist offen warum 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 hier zwei minuten stehen ich gehe nicht raus das ist das ist computer nicht ich aber warum ist kaputt computer da wird verleidigt nicht meine computer das ist eine neue familie mit das ist nichts nett meine kleinen brüder zusammenbauen der ist technischer support haben sie eine whatsapp haben sie whatsapp ich will nichts benutzen nur telegramm nehmen haben sie auf handy keine haben sie auf handy keine whatsapp nein 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 nur telegramm nehmen nur telegramm ich werde ich werde auch mit telegramm sie schreiben damit sie meine kontaktnummer haben du kannst du mir e mail schreiben will ich nicht mit dir die beste freund werden ok wir wollen nur business machen nichts beruht ja um gute business zu machen muss gute vertrauen gute business respekt vertrauen bruderschaft wir sind hier nicht bei hells angels ok 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 werden sie heute das geld senden ja wenn du computer repariert machen computer kann nicht so repartiert werden ihr computer ist kaputt aber es ist kaputt er sagt computer kaputt meine kollege kann nicht kaputt gemacht haben meine kollege hat nicht gemacht alles wurde aufgenommen und ihre gespräche aufnehmen und ihre gespräche aufnehmen aber warum du die gespräche aufnehmen wieso damit sie mich betrugen sie mich betrugen du bist du betruger du bist du betruger du bist du betruger nein du haben unser pc machen kaputt pc ganz neu drei tage alt drei tage warum du machen kaputt jetzt will der lösen ich habe überweisen sie geld investieren sie sie bekommen ihre zugangsdaten sie werden jeden tag geld verdienen und sie werden mir dankbar sein ok ah du bist eine kriminelle ah du machen du machen uns bedroht du machen als pc machen kaputt und dann du wollen geld ha das ist nix gut sie müssen wir polizei anrufen du haben nein ich werde gleich polizei anrufen dann werden die zwei zum arsch kommen sie werden einen großen arsch haben aber du haben uns sagen du haben uns sagen du Geld einzahlen sonst pc kaputt jetzt haben sie mich böse gemacht ja wir auch böse jetzt haben sie mich böse gemacht wir auch böse einige Kuh auf böse alle böse jetzt werden wir sehen wem polizei verhaften wird sie oder mir ja kein problem wir haben jetzt wir haben jetzt deutsche IBAN wir gehen gleich zur polizei bei hamburger tor ja ich warte ich warte auf polizei ich warte du bist in istanbul oder in warschau die kommen da nicht hin nein ich warte auf polizei und wissen sie wieso wo bist du ihr bildschirm ihr bildschirm ist aufgenommen und sie werden gleich ins gefängnis kommen weil sie betrugen meine kollege hat ihre computer nicht kaputt gemacht keine kollege hat sie komplett kaputt gemacht doch sag dem kaputt hast du selber sie hast du selber sie okay wir schreckt wir schreckt das kannst du neu kannst du schreiben wir schreckt den wir schreckt den wir schreckt den das kannst du neu nein ich kann es nehmen ich habe ihn ganze Zeit annehmen warum gehst warum gehst warum gehst jetzt lassen mich jetzt lassen jetzt lassen lassen sie mich ja bitte ich habe ihn machen es ist alles nichts gut ich kann machen für dich drücken hier nein 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 lassen mich streichen maus loslassen ich habe ihn loslassen Mann sag du bitte hier diese hier ja ja bitte ich habe ihn machen das ist kein Problem für mich meine Güter Maus nicht berühren bitte Maus nicht klicken ich habe ihn hier Maus berühren gar nichts gar nichts was sollen wir mit so einem Menschen machen was wir machen einig wie lange du in meinem PC wie lange eine Stunde ganz viel Zeit brauchen unsere Zeit wir wollen einen Bonus haben für unsere Zeit für unsere Zeit kannst du einen Bonus geben wir werden viel Bonus haben wie viel Bonus wir werden viel Bonus haben wie viel Bonus wie viel wie viel ja richtig 1,000 diverse 5000 5.000 5.000 1.000 Bonus minha Bruder machen 300 1 für 1 20.000 Bonus Oh mein Gott! Ehrlich? So viel? Hast du so viel? Ja natürlich, weil sie Neukunde sind. Bruder, lieber machen 20.000 Euro einschalten. Können wir machen? Keine Ahnung. Wie viel? Wenn wir sagen 10.000 Euro, dann haben wir 30.000 Euro. Ich sage wir machen. Ja, dann können wir machen. Kann man machen, 20.000 Euro einschalten, 10.000, ich 10.000, meine Bruder und dann du geben und diese Bonus. Ohne Probleme! Ohne Probleme! Aber du geben Versprechen, du kannst schriftlich schreiben, dass du uns 10.000 Euro Bonus geben. Ohne Probleme! Per E-Mail! Du kannst jetzt schreiben und meine Bruder bitte schicken machen. Wir wollen einmal sehen. Ich kann schicken, aber lieber eine Bitcoin-Bullet-Adresse. Eine was? Auf diese E-Bahn. E-Bahn, E-Bahn. E-Bahn oder Bullet-Adresse? E-Bahn, E-Bahn. Soll ich dir bitte... E-Bahn. Soll ich dir E-Mail-Adress bestellt machen? Jetzt werde ich von unserem Mitarbeiter die neue E-Mail schriftlich alle schreiben. E-Bahn. 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 Ich schicke ein E-Mail, gleich ich schicke ein E-Mail. Ja, wir machen, warten, wir machen ganz lange warten. Einen Moment, ich schicke, bitte warten, ja, warten. Wie lange sollen wir warten? Oh, ganz lange warten, Bruder. Ich glaube, den ganzen Tag hier drin verbringen. Oh mein Gott. Kann ich noch einmal ein Trinken geben, ja? Einen Moment. Ja, meine Frau rufen an um ein Uhr, ach du Scheiße. Da musst du alleine machen mit dem Mann reden. Das stimmt so. Ja, ich komme ganz schnell wieder, nicht lange. Ja, ich glaube, der wird lange dauern, da kannst du ein bisschen Zeit bei deinen nehmen. Das stimmt, Mann. Ja, ich kann gut machen, am Telefon stehen, das ist ganz gut. Das stimmt gut. Oh, warum stehen hier noch eine Sekunde und immer noch eine Installation? Warum? Das ist kaputt, immer noch kaputt. Wurde der Mann? Hallo, Kollege, hat der Mann? Hat der Mann? Hallo? Hat der Mann? Ich weiß nicht, was macht er? Hat der Mann? Uhu? Hat der Mann? Uhu? Hallo? E-Mail geschrieben. E-Mail geschrieben, bitte schauen. Dankeschön, Dankeschön, hat der Mann. Er ist ein guter Mann. Er ist ein guter Mann, ich sage dir, er ist ein guter Mann. Haben du E-Mail bekommen? Du und Bruder auch ein guter Mann. Du und Bruder auch ein sehr guter Mann. Kannst du machen Kontrollrelation, Bruder? Ja. Haben die E-Mail bekommen, Bruder? Ja. Noch nichts? Was denn? Oh, mein Gott. Kannst du mir machen, die Kasachstan Hündin zu singen? Wir müssen zusammen... Benjamin, wir müssen zusammen... Ja. Bevor wir das Geschäft machen, müssen wir zusammen Indisch Gedicht sagen. Für gute Glück und Zufriedenheit, okay? Ja, okay, ja, ja. Sie meinen... Sag mal mit mir... So kann ich nicht. Doch, doch, du... Aber bitte versuchen. Ja, Apakala Donut. Äh, so kann ich nicht, weil... Bitte, bitte, das bringt uns Glück. Das bringt uns ganz viel Glück. Glück für den Heiligen. Ich kann... Ich kann auf meiner Sprache sagen. Nein, aber das können wir ja nicht verstehen. Oh, ich kann Ihre Sprache nicht verstehen. Oder? Ich kriege einen Glück. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Hey, guck mal rein. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Kollege, Kollege, jetzt sag mit mir... Das war schon sehr gut. Aber du musst leise sprechen. Langsam, langsam. Also... 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 Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Guter Mann. Wir machen Geschäft. Einen Moment. Hallo? Beide bitte ruhig. Ja? Beide bitte ruhig. Ich kriege Anruf. Weiter mal ganz kurz. Okay. Hallo? Oh, okay. Ich habe eine Auflage gemacht. Du kannst wieder reden. Entschuldigung, harter Mann. Wer hat angerufen? Oh, keine Ahnung. Irgendeine komische Nummer. 3... Plus 3... 2... Ich habe keine Ahnung. Eine polnische Nummer? Du hast... Du hast... Du hast... Du hast... Du hast nicht bekommen. 10.000... Von Bonusgeld. Hast du... Du... Du hast... Du hast gesagt, du 10.000 Europa Überweisung machen? Ja. Nach der Überweisung von 20.000, sagte ich gesagt. Und dann? Du bei meinen schicken. Und dann? 10.000 Bonus. Dazu dann insgesamt 30.000. Kollege, warum hier stehen eine Sekunde? Oh, eine Sekunde? Weil es herunterladet. Wird herunterladet. Noch eine Sekunde. Warum diese Sekunde nichts weitergehen? Das ist schon wieder gut gegangen. Internetverbindung ist schlecht, deswegen. Aber war Internet auch kaputt? Kaputt Internet? Kaputt Internet? Ihre eigene Internetverbindung. Computer Internetverbindung ist schlecht. Du haben kaputt machen Internet? Nein. Ich habe jetzt... Ich... Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr. Aber warum? Du wolltest reparieren machen. Und Geld... Wir wollen... Wir wollen... Wir wollen kein Geld anzahlen. Von dieser Reparatur nichts fertig. Sie wollen Geld überweisen. Überweisen sie Geld. Nein. Ich habe sagen... Ich habe sagen... Ich habe sagen... Ich habe sagen... Wenn diese PC, diese Laptop nichts reparieren, du machen, wir auch kein Geld einzahlen machen. Weil du haben kaputt machen. Nein. Das ist... Dann... Dann ist das... Dann ist das dein Schicksal. Ich bitte nicht, damit du Geld verdienst. Du verdienst Geld. Okay. Keine Probleme. Okay. Du hast meine Computer kaputt gemacht. Du haben... Das ist dein Problem, nicht meine. Aber du haben kaputt gemacht. Ich habe dich kaputt gemacht. Wir haben kaputt gemacht. Ich habe nicht kaputt gemacht. Oh... Bruder... Bruder... Polizei sagt, wir sollen ein Bild von Ibern schicken bei den... Ibern von... Okay, dann schicken sie. Von... Okay, dann schicken sie. Okay, schicken sie ein Bild. Ja, wir werden schicken und bei den Knast kommen. Bei den Anflachen... Das entscheiden Sie selbst. Mir ist egal. Mir ist egal, wie... Kriminell. Oh, was passiert denn? Bist du kriminell? Ich? Ja. Ich bin kriminell? Ja. Wieso? Weil ich denen sagen. Nein, ich bin nicht kriminell. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Du bist drei... Du bist drei Kriminell. Drei Stoff. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Nein, kriminell. Dieser Mann... Bist nicht... Bitte nirg doch mal ehrlich zu dir selber. Ich bin ehrlich zu mir selber, aber du bist nicht ehrlich. Nein, 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 nein. Ich bin in der... Du bist kein ehrlicher Mensch. Du bist im Meerschweinchenpalast eingesperrt, okay? Du bist kein ehrlicher Mensch. Warum sind wir im Finanzer? Gib mir das Geld jetzt. Los. Ja, aber warum kannst du die ganze Zeit rausgehen? Weil es wurde also unterbrochen. Ah. Bruderbrochen? Entschuldigung. Annehmen machen. Okay, lassen jetzt. Warte mal ganz kurz. Warum soll ich denn warten? Ich kann nicht mehr meine PC bedienen. Warum? Ich helfe. Okay, kein Problem. Du kannst helfen machen, ja? Das ist ein guter Mann. Geduld. Ja, Geduld. Der Mann hat ganz viel Geduld. Dann gut. Wenn Geduld... Dann vieles... Wenn Geduld... Hatemann. 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 Du kannst die Zeit machen und reparieren, reparieren, reparieren. Du armer Mann. Du hast immer noch nichts machen und reparieren. Warum? Ich... Ich... Ich kann nicht reparieren? Ja, aber... Keine Ahnung. Was ist passiert mit meinem Laptop? Ihr Laptop. Schönen? Ihr Laptop. Dein Laptop. Dein Laptop. Dein Laptop. Dein Laptop. Meine Laptop. Alle gleiche Laptop. Wir sind alle eine Familie. Richtig? Ja, richtig. Alle... Wir alle eine... Ah, ja. Ja, richtig. Wir sind alle Familie. Wir sind alle Familie. Hier gibt schwarze Züge, ja? Jetzt annehmen. Bitte. Anydesk annehmen. Ja, aber warum du gib'n wieder raus? Mother... Ich geh' nicht raus. Verbindung. Internet ist. Okay, jetzt. Okay, lassen Sie. Was ist jetzt wieder passiert? Bitte wieder da. Neuer Bruder, hast du schlechte Computer? Ich hab' keine Ahnung, was der Mann da machen. Der Mann machen. Reparieren und dann immer sagen, Anydesk auch machen. Aber ich hab' gar nichts machen. Der Mann immer in meinem PC. Er sagt, Anydesk überst du meinen PC. Wie soll nun so arbeiten? Ihr Computer immer wieder hängen. Oh mein Gott, warum? Du beleidigt den Computer. Jetzt bitte, Anydesk. Einen Moment. Ich schicke eine neue Anfrage. Anydesk bitte jetzt annehmen. Ja, korrekt, korrekt. Aber warum meine Anydesk kaputt? Ich hab' nichts verstanden. Jetzt bitte. Ich hab' schon annehmen machen. Aber warum? Nein. Doch, ich hab' ein annehmen machen. Warum du lügen? Jetzt annehmen. Sehen Sie, jetzt. Ja. Jetzt annehmen. Annehmen. Hier, ich hab' ein annehmen machen. Bitte, unser neuer Bruder. Bitte, sehr gut mit Computer. Klicken, Erweiterte Rechte anfordern. Erweiterte Rechte anfordern. Erweiterte Rechte anfordern. Sie machen Baselberreise, ich habe keine Zeit, ich muss Meeting, ich habe Meeting. Ja, du machen Reparatur in unserem PC nichts. Sie schreiben mir E-Mail und ich helfen. Nein, Kollege, guck mal, Kollege, ich glaube, du verstehst keine deutsche Sprache. Ich sage zu dir, wenn diese PC, diese Laptop von meinem Bruder, du wieder reparieren, dann wir Einzahlen machen. Weil du haben kaputt gemacht, du haben diese Scheiße kaputt gemacht. Ich weiß nicht, warum du kaputt gemacht hast, aber du haben kaputt gemacht. Erst reparieren, erst arbeiten und dann Geld. Was ist das für eine Scheiße hier? Erst arbeiten, erst arbeiten. Hallo, bitte noch da. Der ist schon lange raus. Alter, das ist ja der geilste Call seit langem. Scheiße, ey, warum ist er rausgegangen? Der hat doch mal... Ey, der schickt mir immer noch Einladung, ne? Auf, Annie. Der wollte jetzt einfach nicht mehr mit uns reden, aber die Kohle kann natürlich trotzdem, ne? Ja, Mann, der will immer noch mit uns handeln, aber ich krieg jetzt da hin. Dann musst du anrufen. Können die die über Telefon nichts ohne Telefon machen. Ja, richtig, right, right, right. Du musst weiter gehen. Ah, ah. Aber wir haben ganz lange Verarschen machen, dieser Mann. Wie lange geht der Keule jetzt? Wie lange geht der Video? Ich hab keine Ahnung, wie lange ging das jetzt hier? Über eine Stunde bestimmt. Ja, natürlich.